. Irgendwo kommt Licht her, ich weiß nicht woher. Da, guck mal, dieser Stern da oben. Scheiße, ey. Der ist zu nah an der Erde, deswegen läuft der so hell. So ist es besser, so ist es besser vom Licht her. Scharf machen. So. Fuck, stopp. Das Katze ist tiefer. Ja, genau. Moment. Deine Hand reflektiert auch total beschissen. Ja. Haben wir schwarze Handschuhe mit? Ja. Wieso reflektiert denn das so? Verdammt, komm mal. Es ist Materie und sie tendiert dazu, Sonnenlicht zu reflektieren. Ja, deswegen sehen wir sie. Ja. Sehr froh. Zuhause doch nicht so scheiße. Ja, echt mal. Batterie und so. Da, komm, reflektiert nix. So, stopp, 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 stopp. So, halt, wenn du es noch anmachst. So. So hab ich noch nie in die Tüte angezündet. Ne. Nochmal. Verwinde ich Farbe. Okay, stopp. Mach nochmal an, wenn du kannst. Okay, stopp. Zupi. Nochmal. Zupi. Stopp. Mach ruhig nochmal. Stopp, 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 stopp. Stopp. Mach mal aus. Der Wind kommt grad. Kacke. Also dafür, dass das hier auf Plus steht, ist das ein bisschen erwärmlich. Kannst du noch mal anmachen? Ach man, war es mal eine andere Stellung dann. So, jetzt noch mal anmachen. Zack, soll ich die... So, jetzt. Jetzt kommt wieder Wind. Wind kommt wieder, vergiss das. Wenn der Wind hier von der Seite kommt, dann... Jetzt ist... ja. Was jetzt ist? Verdammte Arschhacke. Guck das, wenn das Ding brennt, das Ding aufnimmt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.